Ursprünglich hatte Inka Bause eine Tournee durch Deutschland geplant. Nun verkündet die 53-Jährige jedoch, dass die Inka-Bause-und-Freunde-Tour leider nicht wie eigentlich vorgehabt stattfinden wird. Auf Instagram teilt Inka nun die traurige Nachricht mit ihren Fans. Ihr Lieben, aufgrund der aktuellen Genehmigungslage ist es leider nicht möglich, bereits Anfang Mitte März die Termine meiner Tournee Inka, Bause und Freunde ohne erhebliche Einschränkungen durchzuführen. Jedoch gäbe es auch gute Nachrichten, denn es gibt bereits einen Ersatztermin für alle Standorte im Oktober und November. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit, erklärt Inka Bause. Die Fans müssen nun hoffen, dass eventuelle Einschränkungen im Herbst nicht erneut zu Verzögerungen der Tournee führen.